erneute plastik arme versuch von körperdysfunktion ohne scheiß heute werden das vorhin gerade schon mal versucht auf einmal war hol sowas von disconnected wieso ich hab dich besiegt ich hab dich besiegt ich hab dich platt gewalt ich hab dich kaputt gemacht ich nehme jetzt salat wir machen fortschritt das war gerade ein ganz komisches phänomen ja irgendwie guck mal kleines mädchen wie war das hast du das spiel schon mal gespielt ich habe die gameplay version gespielt und den ersten der auf essen es rauskam ich drücke einfach nur knöpfe du sollst doch keine kleinen mädchen antatschen ha 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 lachen lachen sie den hübscheren strumpfhosen an boot le boot tiger du kommst ja toll vor ja teige kopflos mein wunderschöner fuß immer in die klöten kann man überlegen hatte die braucht nicht irgendwie auch noch so eine fernkampfattacke nö käme ich nie ach nee halt mal ich verwechsel sie mit schon nie mit ihrem möchte gern hat du ja ja salat wins haha noch mehr lachen wenn du zu viel lachst fallen dir die zähne aus hallo okay wenigstens funktioniert es jetzt ich nehme wieder ein bisschen ich nehme salm kann man eigentlich die stag irgendwie ändern oh warte äh hol du machst ja gerade einen unfairen vorteil wieso das du stehst auf sechs ständig nur auf vier du hast mehr energie als ich wie das wenn du ich kann das auch machen hier mit links und rechts ach so ah okay weil eigentlich wollte ich die stage ändern aber ja ich wollte gerade die stage ändern ich habe mir auch oh hallo da ist jemand in skype online gegangen hä bei mir ist jemand in skype online gegangen cool menschen yoga fire ey ich mache dir gerade den sterbenden nazi schwanen störe mich nicht yoga fire ich kenne falsch aus wie der springt als ob er den hitler kuss macht ich habe lange gliedmaßen was willst du tun ach komm gib nicht so an in der hos hast du bestimmt ne ebbe ebbe in der hos schmeißen je spätestens jetzt wow yoga fire heilsterbender schwan alter bei mir lagts irgendwie voll wahrscheinlich weil bei mir jemand online gegangen ist ah skype ist schuld warum du bist so bleich ah ey le boot hatte der nicht auch noch so ne drill attacke ja hier ne ich mein mein nö na doch der hatte das ist auch wenn du dich nach hinten bewegst oder nach vorne und irgendein angriff stimmt yoga flame hast du wieder zu viel curry gegessen bud du kannst deine Mission boot boot der arme sterbende nazi schwan du verarscht denn doch nur Ja, hier. Da. Okay, wie habe ich das jetzt hinbekommen? Ich sage ja, nach hinten lenken und dann schlage einer vor. Ich kann diese Moves auch nicht. Ich probier's die ganze Zeit, deswegen gräbel ich ab wie ein Doof. Ich versuche auch die ganze Zeit nur Moves, hallo? Hallo? Der würde es sich auch gut als Blätter in der Wand machen. Buh, ah! Ha! Wie machst du... Du weißt... Ich gehe eine ganze Weile nach hinten, drücke nach vorne und dann... Äh, X. Also die hier, die Schnark. Das ist bei mir ein Fuß. Also eine Weile nach... Hä? Yoga, fire! Yoga, fire! Boah! I'm on fire! Äh! Put the cookie down! Ich hab die nie hingekriegt, die Moves! Also das ist jetzt wirklich bei mir eine ganze... Ein paar Sekunden nach hinten. Dann nach vorne und Schlagtaste. Hörst du jetzt auf? Der Boot. You win! Ach, füße meine köstlichen Füße. Bleh. Ja, ja. Ja, ja. Sterbende Nazi-Schwan hat gewonnen. Ich nehm mal geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Ich bin jetzt zurück. Also ich bin jetzt ein bisschen zurück, dann vor... Okay, er hat diesen Move nicht drauf. Also beißen konnte das. Ja, ich hatte das... Ja, ich hab eigentlich Sonic Boom, also... Ja, du müsstest eigentlich auch mit Pferdelkreis, oder? Oder war das zweimal runter hoch? Ne, das... Ne, ich soll eigentlich dieselben haben wie du. Also hier wie beißen. Nur, bei mir, sobald ich minimal nach oben gehe, dann... Baaah! Das ist halt die Frage. Machst du über Steuerkreuz oder über Anouk? Über Steuerkreuz kann ich gar nicht. Da müsste ich meinen Controller anders verhalten. Hm. Na gut, ich mach's über Steuerkreuz. Da geht's präziser. Du hast auch einen 360-Controller, oder? Ja. Es funktioniert bei mir nicht. Ja gut, ich weiß nicht, wie bei geil das jetzt abläuft. Ja, er soll eigentlich auch sowas haben. Mach mal so eine Viertelkreis-Aktion. Ich mach grad den hier. Ne Viertelkreis hat der nicht, ich weiß das. Der hat keine Viertelkreis-Moves. Er hat den hier. Ich mein, das war bei ihm irgendwie mit runter, runter, hoch oder so. Oh. Ich hab Kopfschmerzen. Diese Schande. Besieg von einem Babyblauen Strampler. Warte, ich versuch's jetzt mal mit oben, unten. Äh, unten, oben, was auch immer. Das funktioniert erst recht nicht. Hm. Warte mal, was ist Kick? Das ist Kick. Das ist auch Kick. Das ist Schlagen. Also irgendwie in Verbindung mit Treten. Ah! Oh, Stammbus ist online. Ja, nach oben und äh, das hier geht. Flashe, quick go. Ja, ich weiß, dass Stammbus online ist, aber ich geh jetzt nicht hier raus nur um das... ...le Boot. Unfair. Le Arschtritt. Ich hab endlich mal einen Move raus von den Dingern. Ich defy gravity. Leckere Stiefel. You win. You are toll. Und so. Wow, dein Gesicht ist so detailreich. Ja, aber deins. Hast du den Brei mal angeguckt? Hast du dich mal angeguckt? Du siehst aus wie so eine Tiki-Statue auf den Osterinseln, der man auf die Trollfrisse verpasst hat. Falls ihr noch diese Spielzeug-Trolle kennt. Ja doch, die kenn sogar ich noch. Flashe, quick go. Oh, Leute, hört auf online zu kommen. Ich hoffe, dass... Das ist wahrscheinlich so in der Aufnahme mit drauf. Da kann ich drauf wetten. Das ist mir zu nah. Alter, wie ging nochmal das... Hadouken? Viertelkreis. Nee, nee, nee. Das Hadouken weiß ich ja, ich weiß... Shouyuken? Ja. Äh, anders auf jeden Fall. Okay, das will ich gar nicht. Wie schlecht. Ah. You fail. Ich will einen krassen Garn, verdammte Scheiße. Das ist Naruto. Na und? Was meinst du von, wo die geklaut haben? Wo ist meine Frisur ruiniert? Pff, die Frisur schon ruiniert. Oh, komm, ja. Oh, die Great Kali. E-Honda, was? Komm schon, von der Masse her passt's. Meiner passt's zum Great Kali. Guck dir das doch mal an. Okay, dann bin ich eben Yokosuna. Ah, ich dreh ab. Ich bin Motorboot. Ich massier dir den Rücken. Ich mach den hier und... Boah. Okay, doch. Ich bin doch Great Kali. Ja, diese... Ich pack dich und schmeiß dich immer am Gesicht durch die Gegend. Das passt. Ich weiß nicht, du machst mich krank. Oh, guck mal, der hat einen grünen Schlüpper an. Nein, hör auf mich zu! Guck mal, grüner Schlüpper. Grüner Schlüpper. Ja, ich will nicht an deinen Eiern riechen. Riech an meinen Hoden. Yes. Nein, äh... Hör so auf. Hör so auf. Meg, nicht jetzt. Meg will kuscheln. Hörst du meine Nase rupfen. Verdammter amerikanischer Ureinwohner. Ah, die ist ja... Oh, Jan. Wer auch immer du bist. Boot! Da! Boot dich am Arsch! Boot! 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 Boah. Du mich auch! Ja! Ein paar Gedächtnisstellen von Bud Spencer habe ich es persönlich serviert. Ah! Das war eine schnelle Runde. Schlüpper! Boah, das ist ein Pixelschlüpper. Vielleicht hat auch noch radioaktiv versorgt der Oster, ja. Äh! Wer weiß, wo der rumgelegen hat. In Fukushima oder so. Hm. Oh ja. Salat! Dallas Salat! Ein Spagat! Jetzt hat auch noch irgendwer was geschrieben. Ganz geil. Bäh! Bäh! Nee! Aber ist er nicht auch noch so eine Schussattacke? Ja, auch Viertelkreis. Daiger-Salat Alter, mein Schienbein Mein kostbarer, schöner Schienbein Okay, dann doch lieber das Schienbein als die Klöten Aua Du kommst ja toll für nur, weil du einen Schlepper trägst Ja da Es sieht von einem kleinen Mädchen Du bekommst mich nie, Arschloch Entschuldigung, das Knie kann auch entzücken, oder wie? Oh, da Oh, da Alter Superschnelles Maschen funktioniert Verdammte Scheiße Boah, Alter Ich hatte nur ein Auge Das eine Auge kann dich jetzt auch nicht mehr retten Wer nehme ich jetzt? Oh ja, ja Blanka Warte Blah Blanka Oh Gott Wer ist dein Bang? Ananas Andy wäre so stolz Ach ja Ich glaube, bei ihm dieses Elektrische war auch Viertelkreis Ich versuche es gerade rauszufinden Ah Er hätte auch so einen Aufladen-Move auch So seitlich Den hatte ich gerade Ja, diese Rolle Ja, das war das Äh, da kommt das aber über den ganzen Bildschirm Pfff Die gerade, die gerade Voll in die Fresse Ach, wie ging das nochmal mit dem Beleg durch? Ich weiß es echt nicht mehr Eine Viertelkreis-Bewegung und dann Schlag, glaube ich Also ich habe es jetzt gerade die ganze Zeit probiert Au Ne, Viertelkreis und Schlag Da macht er den Viertelkreis und Tritt Gute Gut Dann mache ich es eben auf die altmodische Art Geh weg, geh weg, geh weg Alter, geh weg, geh weg Alter, geh weg Geh weg, geh weg, geh weg Ich esse dein Gesicht Oh Gott, Alter Wie lange geht das? Da, ich esse dich Oh, Alter, oh, oh, da Da, da Ich bin dafür bezogen Was anderes Dann kann ich mich auch immer auf beschäftigt stellen In Skype Jawohl Dad, ich esse dich Können, ich seem das 손 leben das Dallus Dallus Selet Das war's für heute.